Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken, Sir. Das Schiff zu versuchen, wir brauchen eine Schiff zu verletzen, was wir brauchen, um die Schiff zu verletzen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So viel Segel wie ihr könnt! 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 Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal. Das waren's für heute. Das war's für heute. Es wurde Zeitdop23. Los ... Joder. Ich habe ihn mit. Ich bin mit. Du hast ihn mit. Ich bin mit. Ich kann ihn. Ich kann ihn. Wir sind mit. Wir sind mit. Oh! Ah! Ah! Hey oh! Merle-Bain! Komet Asta Artharus, das wird der letzte Landgang für einen Monat sein. Das wird der letzte Landgang für einen Monat sein. Wir lichten Anker vor Sonnenaufgang. Das wird der letzte Landgang für einen Monat sein. Erinnerst du dich noch an dein Geschenk? Es macht sich wirklich gut. Fist du, Putain. Kühn wie eine Musketenkugel. Doch nur halb so klug. Mir wirklich leid, Freund. Doch ich darf keinesfalls riskieren, dass du deinen Templerfreunden von mir erzählst. Ich bedauere dich, Bokani. Nach allem, was du sagst. Nach allem, was du über den Orden weißt. Lebst du doch das Leben meines gemeinen Schurken. Was ist das? Hast du außer dem Diebstahl keinerlei Ambitionen? Bist du zu dumm, um das Ausmaß der unseren zu begreifen? Alle Reiche dieser Erde abgeschafft. Eine freie und offene Welt. Ohne Parasiten wie dich. Ich bedauere 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 dich. Vielen Dank.